Silicon Filstal ist eine ländliche Innovationsplattform aus Niederbayern. Unter dem Motto Heimat für Neues fördert die Initiative gesellschaftliche Innovation und macht digitale Chancen ländlicher Regionen greifbar. Wir fördern gesellschaftliche Innovation und machen digitale Chancen ländlicher Regionen greifbar. Dazu gehören Aktionen wie die Ideenwerkstatt für Kinder, ein regelmäßiges MINT-Angebot, dazu gehört Bauer sucht Start-up und der Kreativraum, ein wechselnder Ort für Aktionen mit Künstlern und Kreativen. Und das mündet alles zusammen einmal im Jahr in das große Silicon Filstal Festival. Das Silicon Filstal Erlebnisfestival ist eines der großen ländlichen Innovationsevents Deutschlands. Vom 17. bis 20.09.2020 bot es unter dem Motto Zukunft daheim eine charmante Brücke zwischen Stadt und Land. Durchgeführt als hybride Mischung aus realer und digitaler Welt. Silicon Filstal ist eine gemeinnützige Initiative für gesellschaftliche Innovation, ausgezeichnet von der EU-Kommission als European Social Economy Region.